Willkommen zum nächsten Part vom Let's Play. Ach. Ja, wir gehen jetzt nicht zum Vulkan. Und falls ihr mitgekriegt habt, der hat doch da jetzt irgendwas da. Richtig. Der hat jetzt aber was Neues am Arm. Und nämlich, das sind diese Krafthandschuhe. Mit diesen Krafthandschuhen können wir jetzt doch eigentlich so gut wie vieles hochheben. Nämlich so gut wie alles. Wir sind unbesiegbar. Und wir gehen halt jetzt nochmal in den Feuertempel. Warum gehen wir bitte nochmal in den Feuertempel? Muss das sein? Meine Antwort ist, ja. Es muss sein, weil wir haben noch nicht dort alle Skutulas. Wie? Wir haben noch nicht alles Skutulas. Das kann doch nicht sein. Doch. Hier nämlich kein Zeichen der Skutula. Wir haben echt noch nicht alles Skutulas. Daher müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal hochlatschen. Und die letzte Skutula holen. So, jetzt mögen auch vielleicht einige sagen, ähm, bist du zu doof dafür gewesen, dass du die Skutulas nicht hingekriegt hast? Äh, nein. Wir hatten damals ein bestimmtes Lied noch nicht. Ich hoffe, dass das so geht. Äh. Ja, stimmt. Der Stein ist noch da. Ach, du doof. Ach, du doof. Und deswegen, wir müssen ja auch noch diese ganzen Skutulas bauen, irgendwie. Haben wir da ne... Und natürlich gibt's ja auch noch, äh, alles andere, denke ich mal, was so wichtig ist. Außer jetzt die Skutula. Aber ich klammere jetzt nur einige Sachen ab, die wir, äh, ja, noch zu erledigen hatten, hätten, haben, haben, sollten, tun, hätten, tun, müssen, sollten, tun, haben, müssen, müssen, tun, haben, sollen. Damit wir ganz beruhigt weitermachen können. Unter anderem halt die Skutulas, die wir, ja, nicht anhiebsweise jetzt kriegen konnten, weil wir irgendwie irgendwas getan haben. Oh, meine Freunde, die Schnecken sind wieder da. Ja. Hallo? Okay, nochmal. Oder? Warte. Äh. Äh. Genau, die Vogelscheuche. Die brauchen wir. Nämlich, um dort drauf zu kommen. Nein. Ja, du bist doch doof, Link. Weil so kommen wir nämlich nicht drauf. Deswegen müssten wir wirklich, also, also, wer das so ohne diese Vogelscheuche schafft, der, würde ich mal sagen, der hat es wirklich verdient, Profi genannt zu werden. Also richtig, wirklich, richtig Profi. Und nicht so ein total Depp, wie ich jetzt hier gerade gewesen bin. Und da hörst du sie. Die Skontulla. Dort. Dort, 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 dort. Und die konnten wir. Bislang logischerweise ja nicht kriegen. Es gibt noch mehr. Hm. Das wäre ja nur, das wäre ja ein Witz, wenn wir jetzt hätten wirklich nur wegen diesem Ding da hochge... ...musst. Und ich glaube... Dort ist eine Tür. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Nämlich hier ist die nächste. Wo bist du Scooty? Scooty! Ja, ja, Scooty, 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 Scooty. Ich glaube, da hoch muss ich. Boah, das machen wir jetzt knapp. Boah, das machen wir jetzt knapp. Ich glaube, das ist auch sogar noch unwichtig. Weiß ich gar nicht. So, wo bist du, Scooty? Ach, da. Ich glaube, da sind Rubine da oben. So, schauen wir jetzt nochmal. Und wir sehen hier... Wir sind die Helden. Wir haben es geschafft. So, ich will jetzt aber wirklich wissen, was das ist. Bestimmt sind da nur Rubine drinne. Und es ist... Richtig! 200 Rubine! Können wir nicht gebrauchen. Die 200 Rubine können wir nicht gebrauchen. Nee, tut mir leid. Können wir nicht mal rum. So, und wir können jetzt diese Steine hier... Okay, dann nicht. Aber rein theoretisch könnten wir jetzt diese Steine hochheben. Ja, die haben wir alle gerettet. Die werden uns immer dankbar sein. Denke ich mal. Also, wenn sie unfall... Wenn sie frech sind, dann natürlich nicht. Aber sonst doch. Die werden sie bei uns immer dankbar sein. Das ist ganz gedöhnt, ey. Immer diesen dankbar sein. Und hast du nicht gesehen. So, jetzt hier auch noch rein. Ja, hier haben wir auch noch was vergessen. Wir waren als junger Link hier nämlich. Und hatten da... Äh, was hatten wir denn hier nochmal? Genau, wir haben den... Äh, zweiten... Leute, du durfst etwas tun. Den... Die zweite... Äh, den zweiten Stein, der drei Steine, die wir am Anfang hier einsammeln mussten, haben wir hier eingesammelt. So, und man mag es kaum für Möglichkeiten. Möglich halten... Möglichkeiten. Doch. Das Ding will anscheinend hier wirklich heute nicht. Oder ich muss es zweimal spielen. Und dort haben wir damit nicht alle. Was für ein... Kalk... Wo ist denn der letzte? Ich glaube hier lang. Aber echt hier einen vergessen, das ist natürlich... Mega peinlich, aber nun gut. Ja, das Ding hätten wir auch viel früher einsammeln können. Nennen wir diese Probleme, die haben wir an... Anfang nicht... Äh, ist... Vorbild... Was? Eine Skutola habe ich es vergessen worden. Was ist das denn? Wo kann das denn sein? Also... Das... Glaube ich, sollte ich mir nochmal angucken. Was das denn sein kann? Also, wo gibt es denn überhaupt die Skutolas? Die gibt es dort und dort und... Und dort und... Und dort... Äh, ja... Als würden mir nicht andere, andere der Orte einfallen gerade. Ah, denn das Skutola vergessen. Das ist jetzt aber ein bisschen... Schande gerade. Das Skutola vergessen. Das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen so... So ein bisschen peinlich. Ach, irgendwie irgendwo irgendwas von... Nee, komm. Das... Das wäre jetzt so ein bisschen... Nee. Die suchen wir später. Also, kommen wir nochmal hierher. Und... Das machen wir echt später. Ich weiß gerade nicht... Nicht wirklich... Ob... Wie... Wo wir... Welche wir nicht eingesammelt haben. Muss ja irgendwas mit dem Boomerang dann zu tun haben, ne? So, eine andere Skutola, die wir vergessen haben. Ich hatte ja erwartet, dass sie woanders ist. Aber... Hier oben müsste sie... Hä? Okay. Okay. Ja, jetzt bin ich doch leicht ratlos gerade. Hier müsste eigentlich eine Skutola sein. Weil die auf der anderen Seite hier... Die haben wir ja doch nicht gekriegt. Hm. Da grübele ich nochmal nach... Und sage... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hoffe ich.